Fotorealistische Videos, nahezu perfekte Details und vor allem Clips mit einer Länge von fast 60 Sekunden. Open AI, die Firma hinter JetGPT, schockt die Welt mit ihrer neuesten Innovation. Zora ist das neue Tool des KI-Unternehmens und vermutlich ein Quantensprung in der Text-zu-Videobranche. Es kommt mittlerweile nicht mehr oft vor, dass wir sprachlos sind, wenn ein neues KI-Tool vorgestellt wird. Aber bei Zora ist es einfach so. Mir fehlen wirklich die Worte, um zu sagen, wie beeindruckt ich von der Qualität der Videos bin. Und ich bin mir sicher, dass ihr es nach diesem Video auch sein werdet. Gestern hat Open AI völlig überraschenderweise und ohne viel Tamtam ein neues Tool vorgestellt, mit dem man Videos aus Text-Prompts erstellen kann. Das an sich ist nichts Neues, aber die Clips, die gezeigt wurden, sind mit nichts zu vergleichen, was wir bisher gesehen haben. Im ersten Clip haben wir beispielsweise eine Frau in Tokio. Wir haben auch den vollständigen Prompt, mit dem das Video generiert wird und die Anmerkung, dass hier nichts im Nachhinein bearbeitet wird. Die Details sind atemberaubend und es sieht aus, als wäre das Video wirklich mit einer Kamera aufgenommen. Des Weiteren haben wir auch Drohnen-Videos, die beeindruckend realistisch aussehen. Natürlich erkennt man hier und da gewisse Details, die bei genauerer Betrachtung nicht zu 100% echt sein könnten. Aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Man würde meinen, das eine Video wurde in Italien an der Amalfi-Küste und das andere wirklich in Santorini aufgenommen. Ich verlinke euch natürlich die Seite, damit ihr euch ein eigenes Bild von den Videos von Zora machen könnt. Aber ich verspreche euch wirklich nicht zu viel. Die Möglichkeiten, die sich hier ergeben, sind natürlich Wahnsinn. Egal, ob man eigene Werbespots, Videos oder sogar ganze Filme im Stil von Pixar und Co. produzieren möchte. Es ist wirklich atemberaubend, was da auf uns zukommt. Ein paar von den Videos möchte ich euch kurz noch zeigen. Besonders dieses hier. Eine extreme Nahaufnahme von einem menschlichen Auge. Und es sieht aus wie echt. Die Details wie Wimpern und Reflektionen sehen, selbst wenn man versucht, Fehler zu finden, täuschend echt aus. Das Video mit dem Oktopus und der Krabbe, dem Chamäleon oder den Vögeln am Fluss sieht aus, als wäre es direkt aus einer Naturdokumentation. Wenn man diese Videos mit der aktuellen Konkurrenz vergleicht, egal ob Runway, Pika oder andere, dann ist das wirklich der angesprochene Quantensprung. Besonders, weil die Videos nicht einfach nur animierte Bilder sind, denen im Nachhinein Leben eingehaucht wurde, sondern die Personen oder Subjekte sich wirklich täuschend echt bewegen und so dem Ganzen einen viel realistischeren Touch geben. In einem der letzten Clips, den ich euch kurz zeigen möchte, fliegen wir quasi durch ein Museum. Und man kann sich vorstellen, was hier in Zukunft vielleicht dann auch mit VR und Geräten wie der Apple Vision Pro möglich sein wird. Künstlern werden hier neue Welten eröffnet. Und schon bald können wir eigene Videos nur mithilfe der passenden Prompte erstellen. OpenAI ist hier auch sehr transparent und gibt an, dass das aktuelle Modell noch seine Schwächen hat. Insbesondere bei der Interaktion von mehreren Subjekten innerhalb eines Clips. Denn dort die Zusammenhänge zu verstehen, ist nicht ganz einfach. Sie nennen hier beispielsweise, dass eine Person in einen Keks beißt, der Keks danach aber weiterhin unverändert bleibt. Oder man sieht auch in diesem Clip mit der Katze an einer Stelle, dass die Katze drei Beine hat, da sie mit ihrer einen Pfote mit einem Menschen im Clip interagiert. Physik und diese Interaktion sind auch allgemein die Schwachpunkte des Tools. Und auch hier hat OpenAI direkt einige Clips mitgeliefert, die diese Probleme verdeutlichen. Aber trotz dieser Schwächen ist Sora bisher das beeindruckendste Text-to-Video-Tour, das wir gesehen haben. Wann Sora offiziell freigegeben wird und ob wir direkt in JetGPT mit einem Plus-Account darauf zugreifen können, lässt OpenAI aktuell offen. Momentan wird das Tool nur von wenigen ausgewählten Testern auf Herz und Nieren geprüft. Wenn man aber die Ergebnisse betrachtet, dann kann man davon ausgehen, dass das Tool schon sehr nah an der Veröffentlichung steht. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Das war sicherlich nicht unser letztes Video zu Sora. Wir wollen euch nur so schnell wie möglich auf den neuesten Stand bringen. In der Beschreibung haben wir dir außerdem einen Artikel von uns verlinkt. Auf der Website findest du dann immer die aktuellsten Infos. Wenn du keine News und weitere Videos zu Sora und Co. mehr verpassen willst, lass am besten direkt ein Abo da. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Like und einen netten Kommentar. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du die Videos von Sora findest. Ich bin wirklich auf die Meinungen gespannt. Mein Name ist Timothy Meixner und wir sehen uns beim nächsten Mal.